Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde World of Warcraft. Diesmal geht es darum, wo findet man den Schwarzfang bzw. den Eingang zur Höhle. Befindet sich nämlich in Fangrilla und wir starten hier mal bei dem Lager, wo ich gerade bin. Hier gibt es auch eine wöchentliche Quest, nämlich im Dschungel ist die Hölle los, da muss man drei Mobs killen, aber wir wollen jetzt zum Schwarzfang in die Höhle. Also starten wir von hier und folgen diesem Weg nach unten. Dann nicht links zum See, sondern rechts rein. Ich fliege mal rüber. Also hier rechts rein. Hier sind ein paar Höhlen. Dann den Berg rauf gehen. Hier rauf. Sich rechts halten. Rechts rauf gehen hier. Genau. Und hier kann man entweder nach links oder nach rechts gehen. Ich gehe jetzt hier mal nach rechts. Da geradeaus ist die Höhle zum Schwarzfang. Da drin ist drin. Der Schwarzfang. Genau. In meinem anderen Video, da zeige ich euch, wie man ihn tötet. Der Link befindet sich in der Beschreibung und ich schreibe ihn auch ins Video mit rein. Und der andere Weg ist von hier aus nicht rechts, sondern nach links rauf gehen. Da kommt man genauso zur Höhle hin. Hier. So. Und das war es auch wieder von mir. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video helfen, damit ihr Schwarzfang besser finden könnt. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir beim nächsten Mal wieder zuschauen würden. Bis dahin, viel Spaß noch und viel Glück. Servus, Fitti und Tschüss, euer Tiger. Bis dahin, viel Spaß noch.